Die Getreideflocken Die Getreideflocken Die Pfannkuchen Die Pfannkuchen Das englische Frühstück Das englische Frühstück Der Frühstücksspeck Der Frühstücksspeck Das Brot Das Brot Die Brioche Die Brioche Der Schinken Der Schinken Das Croissant Das Croissant Croissant Der Tee Cheil Der Tee Cheil Das Dörrobst Das Dörrobst Fawaakih Jaffa Die Sahne Tishtah Die Sahne Tishtah Der Frühstückstisch Mائدة Mائدة Fattour Der Frühstückstisch Mائدة Fattour Der Früchtejoghurt Labanun Rائbun Bilfawaakih Der Früchtejoghurt Labanun Rائbun Bilfawaakih Das Spiegelei Das Spiegelei Das Spiegelei Das Spiegelei Beidotun Mäglia Die Butter Zubd Die Butter Zubd Die Schokolade Schokolade Die Schokolade Schokolade Die Milch Halib Die Milch Halib Die Getränke Die Getränke Mashroobät Die Getränke Mashroobät Das Obst Fواكه طازجة Das Obst Fواكه طازجة Die Orangen Marmelade Mربى النرنج Die Orangen Marmelade Mربى النرنج Die Räucherheringe Die Räucherheringe Das Frühstücksbüffet Das Frühstücksbüffet Die Blutwurst Die Blutwurst Das Rührei Das Rührei Das Rührei Die Tomate Tomatim Die Tomate Tomatim Das Knäckebrot Buksumat Buksumat Das Knäckebrot Buksumat Das Eigelb Safar Das Eigelb Safar Das Würstchen Das Würstchen Suduk Das Würstchen Suduk Der Kaffee Der Kaffee Quahwa Der Obstsaft Asir Fawakeh Asir Fawakeh Der Obstsaft Asir Fawakeh Der Porridge Der Porridge Schofanun Matbuch Der Porridge Schofanun Matbuch Das Ineigebratene Brot Das Ineigebratene Brot Das Ineigebratene Brot Die Konfitüre Morabba Morabba Die Konfitüre Morabba Die Waffeln Wafel Die Waffeln Wafel Der Käse Jubben Der Käse Jubben Das Gekochte Ei Beidatun Masluqa Das Gekochte Ei Beidatun Masluqa Das Gekochte Etikop Das Gekochte Etikop Das Gekochte Etikop Das M29